Herzlich Willkommen zurück bei Return to Monkey Island. So, Litship. Wir sind jetzt auf der Außenwand von Litship und schauen uns mal um, was wir hier alles so finden. Hier haben wir schon mal einen Ruder. Oh. Okay. Was ist das denn? Was ist das denn? Wieso sind denn das nur 8 Minuten, sag mal? Hä? Ich fühle mich um 2 Minuten betrogen. Was soll das? Okay. Ja, schön, dass wir es so genau haben. Kann ich irgendwas damit machen? Ich wüsste nicht was und warum. Nee. Kann ich daran rumschnitzen? Wahrscheinlich auch nicht. Nö. Okay. Ach hier. Ach so, das. Ach hier, weil das hier ist alles das Ruder. Okay. Und sonst komme ich auch nirgendswohin. Na ja gut, dann klettern wir immer wieder hoch. Aber wieso denn nur 8 Minuten? Ha. Hier geht doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Kann ich hinein? Kann ich hinein? Natürlich nicht. Huch. Kann ich, äh... Nee, kann ich nicht. Mal gucken, gibt es hier noch irgendwelche anderen netten kleinen Hotspots? Nö. Dann schauen wir mal. Ich kann auch nicht reinklettern. Na gut, na gut, na gut, na gut. Dann wird es wohl hier nach oben gehen. Ziemlich kleiner Anker für ein Schiff dieser Größe. Ja, sieht aus, dass es mehr nutzt, als zu stoppen. Kann ich damit was tun? Ich glaube... Nö, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nichts. Wo ist denn eigentlich mein... Hühnerfutter? Habe ich das letzte verbraten? Na egal. Na hier... Verdächtig, ob das nochmal wichtig wird? Die Zutaten für das magische Rezept. Das ist natürlich... Oh. Ach, guck mal, jetzt spreche ich hier wieder den kleinen Jungen. Ich glaube, also das hier hat noch... Also hier wird es noch irgendeinen Twist geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm. Genau, ihr wart doch beide schon mal dort. Was ist drin? Ja, 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 okay. Aber du und Lechuk haben beide schon mal dort. Warum können Sie nicht einfach nur da sein? Das funktioniert nicht so. Du hast es zu machen, immer wieder zu machen. Wie funktioniert das? Ich weiß nicht. Es ist magisch. Es hilft, es hilft, es finden Monkey Island. Was ist in es? Oh, um... Let's see. Es hat Squid Ink, und Monkey Blood... Und ein Pressed Skull. Ich definitiv remember das. Also, Cinnamon, Mint, und Brimstone. Und ein paar Coloring und Preservatives. Oh, und ein live Chicken. Aber, hör mal, du solltest noch nicht über das worrychen. Wir tun deinen 12-Jun. Okay. Okay, gut. Okay, ich glaube, ich habe es geschafft. Der Potion ist fast fertig, Captain. Alles, was left ist, ist eine flattende Skull, und wir werden es bereit, zu kuchen. Excellent! Du da, in der Back! Neue Guide! Oh, das ist mir ruhig. Hm, du wirst irgendwie familiar sein. Ja, natürlich. Ähm, weil... Genau, Schrubbi-Kongresse. Geht ihr immer zu Schwabbi-Kongressen? Ha, 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 ha. Na, egal. Geh und uns einen Skull. Einen platten. Einen Fragen? Einen platten. Darf ich dich Platte nennen? Haha. Warum brauchen wir einen Skull? Ach ja, ein Blatter-Schädel? War das im ersten Teil auch so? Hm. Wo soll ich einen Skull suchen? Das ist dein Problem! Der ist ja gut. Kann ich einen Rang haben? Natürlich. Oder direkt in die Riga, wo du bei deinen Ankeln hängst du für die nächsten paar Jahre. Got it? Never mind. Ja, du bist dran. Mhm. Okay, ich bin dran. Einen Skull. Flat. Be schnell über das dann. Meeting. Adjourn. Na dann. Wir haben die Potion, und dann werde ich sehen, ob ich meine Hände auf dem Map bekommen. Okay, also befolgen wir jetzt den Auftrag von LeChuck. Hm. Apple-Bob's Schädel ausleihen? Na? Na? Nice looking Skull you got there, Apple-Bob. Now, before you get any ideas, I'm a ghost. My Skull won't work. And Putra already asked. Why don't you stick your own head in the pot and see what happens? Relax, I was just making conversation. I'll find a Skull somewhere else. Ja, wir werden gleich mal bei Murray nachfragen. Oh, schade. Was passiert denn, wenn wir... Wahrscheinlich dann nichts, oder? Oh, oder doch. Tja, dann brauchen wir noch einen Topf nachher. Als Helm. Sonst geht's natürlich nicht. Aufgebrauchte Zaubertrankfunk. Das ist ein paar empty Container mit Preservativen und Coloring-Agenten. Ja, warum hatten die denn alles dabei, nur keinen Schädel? Das ist doch auch irgendwie merkwürdig, oder? Also so richtig gut vorbereitet ist LeChuck dann ja nicht. Ich glaube, es ist nur eine Skulptur. Ich hoffe, es ist nur eine Skulptur. Oh, Flambé. Flambé, der Ausguck. Das ist nicht wahr, beim letzten Mal haben wir genau da oben was gefunden. Es war auf jeden Fall ein... Natürlich, es war ja die Piratenflagge, deswegen war es auf jeden Fall ein flacher Schädel. Hm. Achso, das habe ich gerade gefragt. Ja, ist gut. Sorry. Was ist es, wenn es für LeChuck arbeitet? Ich kann es nicht. Wirklich? Es ist im Arbeitgeberhandbuch. Kein Schädel. Du wirst länger leben, wenn du das erinnern. Neue Mann. Mhm. Haben wir eine Union? Du wirst nicht, Swabby. Mhm. Gotta go. I've got a job to do. My condolences. Mhm. Mhm. So, da gehen wir gleich runter. Erstmal gehen wir hier hoch. Aha. Ah, was hat sie mich noch mal gesagt, was sie... Die Schiffskatze nicht streichelt. Die Idee. Ein Zettel. Topdeck-Schedule. One Bell, Crew voting. Two Bells, LeChuck shouting. Alles klar. Die sollte ich jetzt nicht läuten. Das ist nicht ein guter Zeit, um die Atenung zu erinnern. Mhm. Oh, die Wärme spüren. Das ist immer gut. Na, Chucky, alter Kumpel? Wie geht's? Wollen wir uns gleich nochmal mit dir ein bisschen unterhalten? Was? Hast du noch nette Animationen für mich? Nee. Nicht, wenn einer zusieht, was? Na gut. Ahem. Ich habe dir gesagt, einen flattenden Skull zu finden. Mach es! Bevor ich entscheide, dass ich deine anstelle benutze. Na gut. So. Wo kommen wir hier hin? Oh, da hinten ist unsere Gottheit, so wie er sich selber nannte. Erinnerung an alle Crew. Extinguished Demonfire mit der properen Extinguishment. Andere Methoden werden nicht funktionieren. Okay. Stopp, Molly, du roten Klaut. Sie hat digestive Probleme und ich bin zufrieden, dass sie sich umschlafen. Molly. Ist Molly die Katze gewesen? Hatte die Namen? Diese Open-Plan-Office sind jetzt alle Rage. Manchmal ist meine Aufmerksamkeitsspanne auch nicht so, nicht groß genug für solche Spiele, habe ich manchmal das Gefühl. Ups. 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 Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, wenn sie nicht versuchen, zu gehen. Die Kunst auf sichere Entfernung, ja, sehr gut. Ich weiß, Art ist supposed to grab you, but this is just taking it too far. Okay. Und hier? Oh, und was ist das hier? Oh, und was ist das hier? Na komm, trau dich. Okay. Wenn ich richtig bin, wäre es ein größeres Zeichen. Ja, was? Was war hier? Wo? Was? Hier war doch gerade noch was? Achso, die Wärme spüren. Ja, das hatten wir schon. Hier auch. Und ansonsten können wir hier erstmal nichts tun. Ich nehme mal an, dass man hinterher vielleicht später noch hier was durchsuchen kann. Aber aktuell darf ich hier wohl nichts tun. Ich denke, dann gehe ich jetzt erstmal wieder. Hm, 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 hm. Diese Open-Plan-Office sind jetzt alle der Rage. Okay. So, er schmeißt uns doch bestimmt jetzt hier wieder zurück in den Laderaum. Zack. So, als erstes. Zack, hätte ich gerne davon nochmal was. So, Murray. Du kommst jetzt mit. Hey, Murray. Als ob du eine Wahl hättest. Und zack. Wiedersehen. So. Ach, guck mal. Ein Geisterhühner-Klecks. Eww. Ikitikit. Eww. Kann ich damit was tun? Nee. Von Glück reden. Der ist doch neu, oder? Das ist doch jetzt... Naja, gut. Mit Murray sprechen. Wie geht's da, Murray? Du wirst für diese Indignität, du wertvolle Skullnapper. Ja, ja. Schon recht. So. Jetzt ist nur die Frage, haben wir es mit Murray dann direkt schon abgegolten? Guck mal hier, der hat auch wieder so ein... Bei Bob entschuldigen, das ist auch schön. Hier so ein Angelköder-Schwimmer-Dingsbums. Damit wird's doch auch noch irgendwas auf sich haben, oder? Sorry, if I offended you. Oh, that's okay. I know you're under pressure. Das ist aber nett. So, Freunde. Ist es das denn schon? Ach, ich würde ihm das so ungern... Aber ach, was soll's. Ja. Ach, na klar, warte mal einen Moment. How's the potion coming? You heard the captain? It's nearly finished. Go and find a flattened Skull, like he told you to. If you can't do that, find a regular Skull and flatten it. Aber Murray, ich will das ja noch nicht tun. Ich mag doch Murray. It just fell apart. I was barely even here. Kann ich hier das irgendwie wieder zusammenschrauben? Viele Stunden später. Okay. Tja, Murray. Eigentlich will ich's nicht tun, aber... Na ja. Wenn ich muss... Lass mich entspringen in advance. Du musst einen für das Team nehmen. Ich sehe kein Team. Nur du, Witherd-Zombie-Mann. Lass mich dir sagen, dass es, was du planst, es wird nichts mit den Tormen, die ich... Oh, Mann. Oh, nein. Oh, Murray. Ich würde deine Methoden freuen, wenn sie auf jemanden anderen benutzen wurden. Oh, danke, ich glaube. Oh, Murray. Oh, nein. Mit dem sehr geplätteten Murray sprechen. Ich will nicht mit dir reden, nur zu sagen, dass exquizite Verpflichtungen dich auf deinem finalen Restingplatz erwähnen. Ja, davon gehe ich aus. Ach, Mann. So, jetzt haben wir aber einen platten Schädel. Bitte sehr. Ciao, Murray. Bis später. Oh, oh. Oh, oh. Oh, nein. Oh, oh. Oh, I can expect that, sir. I guess you'll be first Suave now, whatever your name is. Promotion. I won't let you down. Das wird verletzt, wenn es verletzt wird. Starten zu machen die Potion wieder. Ich werde in meinem Kabin, schützend meine Recherche von anderen Menschen. Wiederholen die Potion? Ist das überhaupt möglich? Nein! Wir haben nicht nur die Geräte zusammengefasst. Wir sind aus fast alles. Wir machen die Kauflöne und versuchen, wir arbeiten. Vielleicht werde ich es vergessen. Du wirst nicht Lachuck wie ich. Aber es gibt uns Zeit. Ist das eine der Zeit, wo du verschiedene Dinge für die Ingedienste und es funktioniert? Nein, sie waren richtig. Wir können nicht die Potion wieder machen. Aber du sagst mich, dass du nicht zu Monkey Island kannst, wenn du die Potion machst. Ich habe. Aber es ist, da ist ein Weg. Wir Storyteller callen was jetzt passiert, ein Twist. Es ist ein wichtiges Puzzle, dass ich noch nicht gesehen habe. Ich habe angefangen, zu schauen, für Möglichkeiten. Hm. Ja, können wir jetzt, können wir Murray wieder ein bisschen entplätten? Der arme Kerl. Wie geht's da, Murray? Ich weiß nicht, was du jetzt planst, aber ich werde dich für ihn verbraten. Was für ein Chaos. Und das sieht wie ein permanenter Stain. Es riecht besser, als es sieht. Ja, können wir ein bisschen hier Ruhe spenden. Was ist das? Blendering, Prospects. Ah, du brauchst die nicht. Ich finde einen Weg, um uns zu Monkey Island zu kommen. Hm, hm. Hm, hm. Hey, Bob. Hast du keine Ideen, wie zu Monkey Island zu kommen, die keine Voodoo-Potionen haben? Meine Meinung ist ein Blank. Ich versuche es, so wie möglich zu halten. Oh, nein, halt. Stopp. Wollte ich doch gar nicht. Ich wollte jetzt als erstes nochmal die Katze füttern. Ne? Willst du nicht? Na gut. Sollen wir hier Wärme spüren? Gibt's hier noch irgendwas, was ich übersehen hatte? Die Glocke. Ich sollte die jetzt nicht läuten. Okay, okay, okay. Wir versuchen, Kratzbürste zu streicheln. Ich mag sie nicht, was? Na, alle guten Dinge sind drei. Oder auch nicht. So, ähm, ich habe jetzt hier das Kommando übrigens. Äh, äh, ups. Mhm. Es war Glitchucks die Kabine zu betreten? Nee. Nee, grad mal nicht. Mhm. Mhm. Alles klar. Der Schiffskombüse trotzen. Aha. Schleim. Anbieten beim Abwasch zu helfen. Komisches Geräusch. Wannst du das blubbern? Eklige Utensilien stechender Geruch. Ja, äh, gut. Gibt's hier, hier gibt's scheinbar ein paar Sachen anzuschauen. Du hättest nicht, eine magische Voodoo-Konkoktion in hier haben, die uns auf Monkey Island bringen würde, würdest du? Nein. Und wie Rose sagte, wir haben die meisten von den Herstellungen also es gibt keinen Weg, wir haben eine andere. Okay. Mal schauen. Ich will einen anderen Weg finden. Es klingt wie schreitig, aber wirklich kalt. Hm. Der Suppe zuhören. Es ist ein bisschen sootig, in einem wunderschönen Weg. Was ist der Suppe des Tages? Einige formeren Crewmembers, die, äh, nicht funktioniert. Yikes. Es ist eine Delikation. Hm. Du denkst, auf einem Schiff, da wäre die Möglichkeit, das Wasser zu ändern. Du möchtest, diese Wasser zu ändern. Einfach ein Gefühl. Es ist nicht Wasser. Ich schreitze die Plätze für heute Abend. Hm. Eine Dedicatesse. Kann ich dir eine Hand, die Plätze zu geben? Nein. Ich habe sie bereits gemacht. Was ist das? At first, I thought the Privy must be behind there. But no, it's just the Pantrie. What is all this stuff, anyway? Oh, you know, urchin husks, bile duck extracts, sugar, fangweed, nothing unusual. Ein Pfefferstrohler, ok. Können wir uns über den Pfeffershaker fragen? Es war ein Dämon-Pfeffer. Von Dämon-Pfeffer. Die sind die hausten Pfeffer, die man bekommt. Mach es nicht! Unter irgendwelchen Umständen auf alles, was man zu essen will. Ich mag schweißer Essen. Nicht so. Er brennt auf den Weg in. Er brennt auf den Weg weg. Inzwischen brennt. Es ist egal. Der Schaker ist leer. Ich bin raus. Erinnerst du, was du mir über den Pfeffer erzählst? Es ist sehr, sehr, sehr heiß. Und sehr lecker. Woah. Ich bin nicht sicher, dass die noch ziemlich tot sind. Es ist schwer zu wissen, ob sie für die Küchen oder für den Kampf sind. Es ist lustig, dass du denkst, dass es eine Unterschied ist. Der Schrank hat mit einem ziemlich stürzten Stück. Ja, über das Stück Holz reflektieren. Kann ich da vielleicht mal beherzt? Nee. Hm. Na gut. Was gibt's hier noch? Sonst erstmal nichts. Kann ich meinen Mob vielleicht mit... Ich bin ja schließlich jetzt der erste Deckschrubber. Wenn ich zum Beispiel... ...das hier erstmal wegwische... ...habe ich das dann auf meinem Mob? Nee. Ach nee. Warte. Halt, halt, halt. Ja, na gut. Ich hätte gedacht, vielleicht oben mal noch was wegwischen. Ja gut, dann wagen wir es jetzt, Chuck's Kabine zu betreten. Du! Schwabby! Komm her! Du bist hier! Gib mir neu... ... zu meinem Schiff. Ich würde gerne alle meiner Crew treffen. Was ist dein Name, Schwabby? Geiber, äh, Mike. Blutschwerter, Befürchtete. Wahnsinnsbart, der Bartlose. Augenfresser, der Rücksichtslose. Schrubby ist in Ordnung. Mir gefällt, was sie aus dem Ort gemacht hat. Ich mag, was du mit dem Ort gemacht hast. Schau, ich werde dich nur Schwabby nennen. Ist in Ordnung. Es ist nicht gut, wenn wir zu freundlich sind. Any questions? None? Good. I like some unquestioning crew. Now! Get up! Back to work before I use your Entrails as bait. Wait! Ähm, genau. Don't forget the keelhauling tomorrow at four. I like to think of it as a team building exercise. I won't. Ja, okay. Alles gut. Yeah, okay. Das Ding ist nur... Was muss ich denn jetzt machen? Chuck's Karte stehlen. Mhm. Mhm. Tja. Kann ich das nochmal wagen hier? Shouldn't he be swabbing? Ja, eigentlich schon, aber... Was haben wir denn hier? Keep your eyes off that map, Swabby. That be the one true map to the secret of Monkey Island. Procured by me. At great expense and no small amount of trouble. So, I'll not have you touching it. Even with your eyeballs. Least wise not while they still reside in your skull. Also, ich muss ja sagen, die Geschichte bisher, das wirkt mir alles noch zu sehr... Ja, ich weiß auch nicht. Also, es kommt mir noch so komisch vor, ja? Also, das... Als ob jetzt einfach auf der Karte das... Der Weg zum Geheimnis stehen würde. Das... Das wirkt zu naheliegend, zu einfach. Und vor allen Dingen, das hat er dann einfach irgendwie besorgt, ohne dass wir da zum Beispiel... Jetzt... Weiß ich auch nicht. Mal aus der Luft gegriffen. Eine Karte aus vier Teilen zusammensetzen müssen, die wir erst über die ganze Karibik verteilt zusammensuchen müssen. Ne, die liegt hier einfach auf dem Tisch. Ich glaube... Ich glaube, das wird hier alles noch ein paar Wendungen nehmen. Dann... Bleib deine Augen auf dieser Karte, Swabby! Aber ich hätte doch so gerne diese Karte. Kann ich hier irgendwas hinlocken? Kann ich... Kann ich vielleicht... Ne, kann ich nicht. Ha! Ich mag nicht, wie du meine Karte schaust. Können wir uns noch mal unterhalten hier? Was hast du da... Was quetscht da eigentlich? Was willst du, Swabby? Ist das ein Stressball? Warum genau versuchen wir das Geheimnis von Monkey Island zu finden? Das Geheimnis von Monkey Island hat viele ein Piraten verloriert. Einige glauben, dass es nicht existiert. Dass es nur ein Myth oder ein Schalb, von einem Fuhl. Keiner hat es mehr über das Idiot-Guy-Brush. Ich? Das Geheimnis von Monkey Island hat einen Schalb. Ich denke, es hat eine Mysticale Macht zu bearnetet für evil. Und als ein Added Bonus, es wird Threep-Weed über die Höhe von 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 Höhe. Ha 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 ha. Might if I take a look at that map you were waving around earlier? Don't touch the map! Okay. Natürlich. Es ist immer der Papierkram. Kann ich das hier nochmal kaputt machen, zum Beispiel? Nö. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Die Ruhe bleibt, Kollegen. Ich wollte hier noch so ein bisschen, äh, ein bisschen Smalltalk, dachte ich. Die Ruhe ist in den Garten der Höhe. Habt ihr wirklich lieb, Elaine, oder war es mehr so ein... Meine Patience ist wehren, Swabby. Jetzt raus, damit ich denke! Nö. Okay, den Rest hatten wir schon. Er hat Fancy Pants gesagt. Auch schön. Haben wir das auch noch untergebracht hier in dem Spiel. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, Missstände. Hier kann ich zum Beispiel sagen, es ist hier ja ganz schön schmutzig. Äh, ich glaube, ich sollte das geschnitten haben. Aber ich lasse es für den nächsten Swabby. Ja, genau. Kann ich dich hier nochmal füttern? Soweit, so gut. Dann haben wir ja... Hier ist ja auch noch ganz viel dreckig. Mhm. Vor dem Geruch. Zurückziehen. Von meinem Fortschritten erzählen, das ist auch immer gut. Ja, okay, das hatten wir schon. Ja, ja, hatten wir schon. Okay, ja, Verzeihung. Verzeihung. Kann ich darüber berichten? Nee, kann ich nicht. Okay, 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 okay. Hier ist natürlich auch noch ganz viel... ...ganz viel Chaos. Oh ja. Das ist nicht in Ordnung. Du siehst nicht so blöd. Wir finden uns irgendwie einen Weg nach Monkey Island. Ah, sicher. Du machst das. Es ist jetzt empty. Es ist wie, dass niemand auf diesem Schiff gehört hat, über Recycling zu haben. Ach so. Ja, so kann man es natürlich auch sehen. So, was haben wir jetzt schon? Zwei... Eins fehlt noch. Fettflecken im Lagerraum. Mhm, 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 mhm. So, was finden wir noch? Ach, das liegt... Ja, die ungeladene Kanone, oder? Oder? Das ist doch... Nee. Schade. Ach, guck mal. Ich komme jetzt hier hoch. Aha. Dann wollen wir mal. Da ist doch bestimmt auch noch irgendwas nicht ganz in Ordnung. Ah, ein schickes Fernglas. Na? Ach, witzig. Ach was. Oh, oh. Oh, oh. Recipe. They didn't come to sink us. Those weasels are going to Monkey Island. Okay. Hmm. 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 They undercut my... I mean, Threepwood's Expedition, so they could claim the prize for themselves. You don't want to see that name out loud on this ship. Trust me. Why aren't they happier? A well-placed stab in the back is cause for celebration. Ah, denen fehlt der Schere. Ha! They're missing a skull. Hmm-hmm. Hmm. Hmm. We don't need a potion because they have one. Hmm, what? Sorry, I wasn't paying attention. Make ready to sail. Do I look like a quartermaster to you? You sure don't look like one to me. I'll go talk to Iron Rose. This is gonna be great. If you say so. Swabby. Okay. Damit haben wir jetzt ja wieder einen neuen Auftrag. Wunderbar. Okay. Also, eine Sache werden wir noch finden, die wir noch beanstanden können. Und dann gucken wir mal, dass wir an den fremden Trank kommen. Oder vielleicht auf das Schiff übersetzen und dort meutern. Wir müssen das ja nicht auf dem Schatzschiff machen. Ja, genau. Also, wie auch immer. Das werden wir herausfinden in der nächsten Folge. Oder einer danach. Je nachdem, wie lange das hier alles so dauert. Keine Ahnung. Aber für heute ist erstmal wieder Schluss. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zusehen, fürs Dabeisein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Macht es gut. Bis dann. Ciao.